Okay, ein neues Video und zwar gesetzt von Hagen Poirceau. Hier ein Herz als Beispiel genommen, denn ich glaube, so kann man Hagen Poirceau am besten erklären. Und ich weiß auch, das Thema Hagen Poirceau wird auch in der Medizin behandelt, gerade mit angehenden Medizinern im ersten Semester Physik. Da wird dann Hagen Poirceau angewendet, oder? Okay, Hagen Poirceau möchte ich euch ein bisschen erklären, um euch die Angst wegzunehmen, wie ich fange einfach an und dann erklärt sich das von selbst. Wir haben hier Q, unseren Volumenstrom, wir haben unsere Gleichung hier, Q für Volumenstrom und dann haben wir den Druckverlust Delta P, Radius R, Viskosität, also die dynamische Viskosität Eta und eine bestimmte Länge L. Das ist natürlich aus der Strömungsmechanik. Rechts hier oben habe ich ein paar Videos verlinkt, das heißt, da sind Videos zur Strömungsmechanik, zum Thema Volumenstrom, Kontinuitätsgleichung, Druckverlust, Benulli-Gleichung und Impulssatz. Also schaut mal da vorbei. Das Herz kann man vereinfacht als hydraulische Pumpe ansehen. Ich habe hier das Symbolbild für eine hydraulische Pumpe. Das Blut ist ein Nährstoffentransporter oder ein Nährstoffenlieferant. Besonders viele lebenswichtige Nährstoffe, zum Beispiel Hormone, Glucose, Vitamine, Mineralien und natürlich ganz wichtig Sauerstoff. Und dieser Sauerstoff wirkt auch auf die Viskosität des Blutes. Wir haben das hier Delta P gleich 8Q mal Eta mal L durch Pi mal R hoch 4. Also wenn das Herz schlägt, dann entsteht ein Widerstand. Welche Werte spielen hier eine große Rolle bei dem Blutdruck? Und zwar die große Rolle spielt hier R, denn R ist jetzt hier im Nenner, aber in der vierten Potenz, mit der vierten Potenz hier. Unser Blutdruck steigt also, sobald R kleiner wird. Sobald R hoch 4, also durch, sagen wir, ein Gefäß haben wir Ablagerung, durch, sagen wir mal, Cholesterin, glaube ich, und Kalzium, glaube ich auch. Aber ich bin mir nicht so sicher, wie gesagt, das ist nur aus Sicht des Ingenieurs. Ich versuche das so zu erklären. Falls ihr jetzt Anmerkungen habt, bitte im Kommentar. Könnt ihr da was schreiben und dann natürlich meckern darüber. Also deswegen, das ist nur eine vereinfachte Erklärung aus Sicht eines Ingenieurs und nicht eines Mediziners. Wir sehen hier, dass der Blutdruck dann steigt, sobald R kleiner wird, denn R ist hier im Nenner, geht zur vierten Potenz und wir sehen, dass R hier eine große Rolle spielt. Das heißt, kleine Veränderung in unsere Gefäße, kleine Ablagerung führt dann zu Katastrophe, denn dann steigt unser Delta P. Wir könnten natürlich auch sagen, okay, Äther und die Viskosität könnte man da herabsetzen, dann würde auch unser Blutdruck abgesenkt werden. Aber unser Blut ist ja, wie gesagt, Nährstoffenlieferant und ich glaube, das rote Blut, die roten Blutkörperchen transportieren auch Sauerstoff und dadurch wird das Blut auch viel glücklicher sein, durch diesen Transport von Sauerstoff. Ja, natürlich L, je länger der Weg ist, desto größer auch der Druck und der Blutdruck. Das ist jetzt so eine kurze Erklärung zu Hagen-Posso, ich soll euch die Angst wegnehmen. Ich weiß, das ist jetzt ganz vereinfacht, ich bin ja kein Mediziner, aber ich hoffe, ihr könnt damit irgendwas anfangen, denn das ist ja einfach nur, welche Variablen spielen hier eine große Rolle und wir sehen ja, dass R eine große Rolle spielt. Gefäße können sich zusammenziehen und auseinanderziehen, also da ist, das ist ja nicht so alles starr, was im Körper so passiert und deswegen ist das nur ein kleines Beispiel, was ich hier gebe. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Danke fürs Zuschauen, ich habe noch andere Videos auf meinem Kanal zum Thema Strömungsmechanik. Guckt mal rein, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, hinterlasst bitte einen Kommentar. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.